Das darfst du mal sein, ne? Nein. Dann kann man das hier sein. Ich bin jetzt hier, weil er rutscht. Ich bin schon davon gekommen. Ich bin schon davon gekommen. Die sind aber richtig cool. Weißt du das? Ja, Ola. Was? Ich möchte doch mal in der Tanzstraße gehen. Wir haben viele. Wir haben viele. Wie kannst du da bei uns gepennt? Und dann auch da. Und dann riefst du mal an. Und dann riefst du mal an. Jetzt, Hanna, komm mal hier. Hier kannst du beide Löwen fotografieren. Hanna, hier kannst du beide Löwen fotografieren. Hanna, hier kannst du beide Löwen fotografieren. Und die Löwen. Und sie schauen dort beide zu dir. Oh, das ist so großartig. Hanna. Deinen kleinen Wunscher. Und hier hat er zugebracht. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Vielen Dank.